Weiter geht es mit Part 4. Was ist denn der Unterschied zwischen Montag, wenn wir hier auftreten, und zwischen heute, wenn ich ins Publikum gehe? Naja, zum Beispiel, dass es vorher eine Ansage an die Produktion gab, dass es nicht geht. Aber ich habe doch Montag, vor zwei Wochen habe ich doch genauso, wir sind auch ins Publikum gegangen. Ja, das stimmt. Da gab es vorher auch schon eine Ansage. Da war es kein Problem, oder? Doch, da war es auch ein Problem. Was ist denn nachher das Problem? Was ist genau das Problem? Das ist unser Hygienekonzept. Das Hygienekonzept? Also glaubst du wirklich, dass ich in irgendeiner Art und Weise Corona verbreiten würde, wenn ich ins Publikum gehe und mit den Leuten auf 1,5 Meter 0,3 Sekunden rede? Das glaubst du? Ernsthaft? Glaubst du das ernsthaft? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich kein Arzt bin, aber meine Aufgabe ist... Ich kann das beurteilen, aber da kann mir so wahnsinnig viel passieren. Ja, aber meine Aufgabe ist, das Hygienekonzept umzusetzen und nicht zu beurteilen, ob das eine Gefährdung ist. Ja, aber du hast doch selber als Veranstaltender gesagt, dass du das jetzt in letzter Zeit gehabt hast. Genau, und deshalb brauchen wir sowas nicht extra machen. Ja, okay, aber du weißt doch selber, dass da jetzt nichts in der Zeit passieren kann. Meine Aufgabe ist es, die Produktion und das weiterfühlen der Produktion wegzusetzen. Was ist denn? Wie heißt denn nochmal? Also, man muss mal sehr deutlich betonen, dass dieser Mensch sich sehr um seinen Job bemüht und dafür hat er meinen tiefsten Respekt. Eure Produktion ist vorbei. Hockeypark. Hockeypark. Ihr seid der Hockeypark. Ich bin nicht der Hockeypark, aber Hockeypark ist der Veranstalter. Hockeypark ist der Veranstalter? Also, also, du willst mich jetzt wirklich verarschen. Als Hockeypark? Wir haben 20 Konzerte mit euch gespielt. Wir sind auch diejenigen, die euch den Arsch mehr oder weniger retten, indem wir hier auftreten und das ganze drum herum. Und jetzt machst du dir so eine scharfe Ansage? Ich bin nicht der Hockeypark. Ach, jetzt bist du nicht mehr der Hockeypark. Dass du ein Hockeypark nicht bist, weil da sind so zwei Tore irgendwo. Dass du nicht der Hockeypark bist, ist mir schon klar. Aber du willst nach 20 Auftritten und sowas, willst du hier einen scharfen und einen harten Heu machen, jetzt zwei Tage vor Abriss? Ja. Weil das meine Produktion zu werden. Wir saßen vorher alle unter den Händen und euer Zimmer. Ist doch total egal. Ist doch total egal. Ob wir zu den Zuschauern wollen. Ich möchte von meinem Auftritt gebrauchen, weil ich mache mit der Zeit. Ich möchte erstmal, dass du froh bist, dass Leute, die hier überhaupt auftreten. Ja, bin ich. Ja, bist du. Anscheinend ja nicht. Aber im gesetzten Rahmen. Anscheinend ja nicht. Im gesetzten Rahmen. Was ist denn der gesetzte Rahmen? Irgendwas ist noch der Hockeypark. Ich gehe jedes Mal bei jedem Auftritt ins Publikum. Jedes Mal. Jedes Mal. Aber heute ist ja kein Oli Poker Show. Also Respekt dafür, dass er so ruhig geblieben ist. Ich hätte ihn schon vorher hochkant rausgeworfen und ich würde ihn auch nicht nochmal buchen bzw. auftreten lassen.